Die Woche vom 21. bis zum 27. Mai. Wir haben ein paar Releases, nicht so interessant wie letzte Woche, aber wir gucken trotzdem mal drüber. Wir haben einmal Dirt Showdown. Sieht aus wie Flatout. Ja, ist ein actionbasiertes Rallye-Spiel für PC, PS3 und Xbox. Kommt am 24.5. raus. Also das ist wirklich mehr Arcade als Rallye, muss man ganz ehrlich sagen, aber guckt es euch mal an. Dann haben wir noch am 24. ebenfalls Tom Clancy's Ghost Raccoon Future Soldier. Da gibt es zwei Versionen davon. Einmal die normale und die Signature Edition. Für PC gibt es nur die Signature und für Xbox und für PS3 gibt es beides. Am 25.5. haben wir zwei Games nochmal und zwar einmal Dragon's Dogma. Das ist ein Open-World-Action-Game im Mittelalter-Stil. Also extrem cool. Muss man Drachen töten und so einen Scheiß. Kommt für PS3 und Xbox raus. Ist von Capcom und von EA gepublished. Also auch mal interessante Zusammenstellung von Entwicklern und Publisher. Dann haben wir noch SBK Generations. Ebenfalls für PC, PS3 und Xbox. Ein Superbike-Rennspiel mit den besten aus den Rennserien 2009 bis 2012. Das habe ich genau so abgeschrieben, wenn ich keine Ahnung davon habe. Ich hoffe es stimmt auf jeden Fall. Guckt es euch an, wenn ihr auf Superbikes steht. Und das war es von mir. Murphy! Indie-News-mäßig sieht es mal schlecht aus, aber wir haben ein paar Releases, beziehungsweise Pre-Releases. Das erste ist Megabyte Punch. Ein, ja, ich weiß gar nicht wie es beschreiben soll. Sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Super Smash Bros und Mega Man. Mit Mechers, die man selber customisieren kann. Das klingt super. Gibt es jetzt als Pre-Order 57 für die Alpha. Schau sich an. Link natürlich für alles wieder unten. Dann ein richtiges Release. Gratouche's Tank Battles. Der Nachfolger von Gratouche's Space Battles. Sehr kreativ. Ist jetzt auf Steam released. Kostet total 17 Euro. Wer auf Strategiespiele steht und Tower Defense. Für den könnte das das Spiel sein. Und ganz schnell noch das kostenlose Spiel diese Woche. Wieder mal ein Flash-Game. Und zwar Space Dude Gravity Danger. Ist genau das, was der Name sagt. Ein Space Dude mit Gravity Pads. Und es ist ziemlich viel Gefahr da. Rubelts Auslink natürlich wieder unten. Ich muss nochmal Diablo töten. Also, an der Newsfront sieht es wie folgt aus. EA und Activision haben sich gerichtlich geeinigt bezüglich dem Abwerben von zwei Entwicklern. Was das Gericht beschlossen hat, wurde nicht bekannt gegeben. Sache ist, der Streit wurde beigelegt. Und jetzt klagen nur noch die zwei Programmierer, die unerentamtlich entlassen wurden. Unreal 4 Engine wird wahrscheinlich laut Entwicklern oder nach Drohung von Entwicklern nur für den PC rauskommen. Die sollen scheinbar zu den Konsolenentwicklern gegangen sein und gesagt haben, dass die Konsolenentwickler ihre Specs anziehen, ihre Hardware-Specs anziehen sollen, damit die Engine darauf auch schlüssig läuft. Diablo 3, der erste Bug, der erste Major-Bug kam raus. Jeder, der Demon Hunter spielt, könnte wahrscheinlich schon seine Count gebrickt haben. Der Error 3006 soll für viele Leute das Ende von Diablo bedeuten. Und zwar, wenn man seinem Templer irgendwelche Ausrüstungsgegenstände gibt, kann es passieren, dass man rausfliegt und nicht mehr reinkommt. Diablo 3 hatte auch on-launch massive Probleme mit dem Login. Der Error 37 kam wieder mal zum Vorscheiden. Blizzard hat sich dafür entschuldigt. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Und last but not least, der Kau-Level, es gibt eine Art Kau-Level in Diablo 3, der heißt Pony Level und ist in Winsey Shire. Kostet eine Haufen Latte Geld, ich glaube an auf Normal 100k, auf Nightmare 200k, in Hell 500k und in Inferno eine Million. Gold. Davon kann man sich wahrscheinlich sehr viele Rubine kaufen oder Bling Bling. Ich? Hm? Hm? Pimbrüstung. Pimbrüstung, genau. Das war's meinerseits. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Woche. Tschau-sen. Das tut weder hinten. Das ist interessant. Oh, tschüss auf dem Game-Video, es ist am Ende so. Ah. Raymond. Ah. Ernsthaft? Da hat er nicht aufgehört. Oh, Juuu. Aus. Der Schokoladeleller, oder? Ich? Ich glaube nicht. Das ist kein Schokolade. Schon wieder. So. Das sieht fertig aus. Diablo 3 macht mich kaputt. Der Woller. Ach, hast du schon aus? Oh, scheiße.